Wir sind noch nicht in einer perfekten Welt, aber was wäre, wenn das so ist? Uns ist aufgefallen, dass durch Agro-Business kleinere Unternehmen immer mehr untergehen und durch Biologisierung, also Gentechnik, unser Essen nur noch perfekt ist und damit auch unser Leben und unsere Gesellschaft. Mit diesem Film möchten wir diesen Mischstand aufzeigen. Wenn ihr das auch so seht, unterstützt dieses Projekt.